Mein Mann und ich, wir haben unseren Traum geliebt. Ladies and Gentlemen, die Herausforderin Cindy Campbell. Okay, schön locker bleiben, Cindy. Immer ans Training denken, du musst dich konzentrieren. Versuch zu ahnen, von wo der nächste Schlag kommt. Nach 20 Kämpfen war ich immer noch ungeschlagen. Nur eine Boxerin stand noch zwischen mir und dem Weltmeisterschaftsgürtel. Die Tossel haust du weg, die kann gar nichts. Tiffany Stone. Cindy, hör mir zu, ich weiß, dass du Angst hast, aber ich glaube an dich, du kannst gewinnen. Und wenn ich gewinne, George, sagst du mir dann, was mein Spitzname bedeutet? Ja, versprochen. Okay, also zeig uns deinen Jab, führ mit der rechten, achte auf deine Beinarbeit. Los, Tiffany! Und boxt! Wenn Sie das nochmal machen, muss ich Sie verworben. Haben Sie mich verstanden? Ich hab es, ich hab es! Guck dir das an! Ich halte das nicht mehr aus! Und dann sind mir die Sicherungen durchgebrannt und ich hab den größten Fehler meines Lebens begangen. Cindy, nein! Fünf Cent! Fünf Cent! Oh, no! Das war's.